Hey liebe Leute, heute geht es um Zucker. Ihr kennt das sicherlich. Ihr lernt gerade wieder etwas und werdet etwas müde dabei. Dann kommt dieser Gedanke, wie wäre es mit ein bisschen Zucker, einem Stückchen Schokolade oder etwas Kuchen und man ist wieder fit. Aber was ist da dran? Zucker oder Kohlenhydrate, die wir essen, versorgen unseren Körper mit Energie. Der Mechanismus funktioniert so. Du isst etwas, zum Beispiel ein Sandwich und ein Körper bricht diese Kohlenhydrate herunter in Glucose. Je kürzer die Kohlenhydrate sind, desto schneller werden diese zu Glucose verarbeitet. Die Glucosemoleküle werden dann im Körper als der sogenannte Blutzucker transportiert. Normalerweise sollte die Konzentration des Blutzuckers in einem gesunden Bereich liegen, der weder zu hoch noch zu niedrig ist. Nach dem Essen steigt aber der Blutzuckerspiegel und der Körper versucht dann diesen wieder auf ein gesundes Maß zu senken. Dies tut er, indem er Insulin zur Verfügung stellt. Insulin ist das Hormon, das Zellen hilft, den Blutzucker aufzunehmen. Es dockt sich an die sogenannten Insulinrezeptoren der Zelle an. Dadurch entsteht ein Kanal, über den die Zelle den Zucker aufsaugen kann. Dadurch wird der Blutzuckerspiegel gesenkt und die Zellen mit Energie versorgt. Da wir aber immer öfter ungesunde Kohlenhydrate wie Luminaden, Fertiggerichte und Süßigkeiten essen, ist dieser Ablauf gestört. Die Insulinrezeptoren verschleißen sozusagen durch die andauernde Ausschüttung von Insulin. Die Zelle bekommt dadurch zu wenig Energie und der Blutzuckerspiegel bleibt hoch. Der Körper schüttet als Reaktion noch mehr Insulin aus. Diesen Zustand nennt man Insulinresistenz. Und wie fühlt man sich dabei? Naja, nach dem Essen die ganze Zeit müde, dauernd Lust auf was Süßes und man braucht die ganze Zeit einen Kaffee. Und das bringt ziemlich miese Konsequenzen mit sich, denn es hat Auswirkungen auf das eigene Wohlbefinden. Ein ausgewogener Blutzuckerspiegel ist wichtig für die Produktion von Neurotransmittern, den Botenstoffen zwischen euren Nervenzellen. Zum Beispiel Serotonin. Wenn ausreichend vorhanden ist, fühlt ihr euch fokussiert und gelassen. Ist es aber unausreichend vorhanden, kann es zu Schlafstörungen und Depressionen führen. Ein zu hoher Blutzuckerspiegel kann aber auch zur Degeneration des Gehirns beitragen. Da es sehr langsam passiert, merkt man davon erstmal gar nichts, bis man ständig Sachen vergisst. Viele denken jetzt, das ist irgendwie normal, hängt vielleicht mit dem Alter zusammen. Ist es aber nicht. Es hängt mit der Entzündung des Gehirngewebes zusammen, die über die Ernährung erzeugt wird. Ein zu hoher Blutzucker stört also auch deine Denkprozesse. Das alles ist Grund genug, besser zu essen. Was kann man also tun? Das Stichwort langkettige Kohlenhydrate. Evolutionsbiologisch sind unsere Körper darauf ausgelegt, mit langkettigen Kohlenhydraten gut zurecht zu kommen. Der Unterschied liegt in der Struktur. Langkettige Kohlenhydrate werden langsamer zu Glucose verarbeitet und der Körper dadurch natürlicher und ausgeglichener mit Energie versorgt. Ein Beispiel ist die gute alte Haferflocke. Auch Gemüse ist mit seinen Ballaststoffen ein erstklassiges Kohlenhydrat. Hört außerdem auf euren Körper. Wenn ihr Hunger habt oder sogenannte Food Cravings, versucht zu verstehen, was der Körper will. Wenn Bear Grills durch die Wildnis läuft, sucht er sich am liebsten eine fette Made. Proteine oder auch Eiweiße sind die Bausteine, aus denen der Körper zum größten Teil besteht. Achtet also darauf, täglich genügend Eiweiß zu essen. Das befriedet die Grundbedürfnisse des Körpers und hält euch satt und fern von Cravings. Für meine optimale Leistung gibt es jeden Morgen Haferflocken, ungesüßt natürlich, mit einem Proteinshank dazu. Und jetzt ganz wichtig beim Einkauf, macht den Zucker zum Gegner Nummer 1. Nicht das Fett, sondern den Zucker. Ihr sollt jetzt auch nicht den Käse in die Mayonnaise tunken, aber Zucker ist das, was euch vom optimalen Lernen abhält. Probiert es aus, ihr werdet euch fitter fühlen und Gewicht kann man dabei auch einfacher verlieren. Danke fürs Zuhören, macht's gut und esst besser.